Ein deutsches Frühstück in Italien. Das ist eine Firma jetzt. Buongiorno! 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 Servus! Das ist mein Tag heute Morgen, als wir aufgestanden sind. Und jetzt richtig schön frühstücken. Für die Deutschen ist Frühstücken das absolute Highlight. Das haben wir doch gestern schon gesagt. Das lange ausgedehnte Frühstück. Mit einer sehr schönen View hier. Das Schloss da oben, das ist auch spannend. Ja, siehst du? Die andere Seite auch. Sehr schön! Interessant! Interessant! Sehr schön, sehr schön! Tschüss!